An deiner Stelle würde ich mir um Bärchens Nervensorge machen. Ist ein bisschen Reiz bei der Gute heute. Ja, weil du so aggressiv bist. Kommst du mit deiner Laune rein? Hey, meine Laune ist super. Na, Glückwunsch. Du hast es wieder geschafft. Was ist denn los? Ist doch sonst nicht so. Ja, war's wohl. Sie sind sieben heute. Hätt's mir mal vorher sagen können. Bis ich es sonst einen Frauen verstehe. Die Maschine, ich hab sie gebucht. Wenn ich eine andere Chartergesellschaft gewählt hätte, dann... Es ist nicht deine Schuld, okay? Herr Dr. Schwarz. Steinkamp-Schwarz. Herr Dr. Steinkamp-Schwarz. Ich hab jetzt dreimal bei Frau Landmann-Schulz im Büro angerufen. Und dreimal hat mir ihre Assistentin gesagt, dass sie sich bei Ihnen melden wird, sobald sie wieder im Büro ist. Mehr kann ich jetzt wirklich nicht für Sie tun. Die Maschine-Schwarz. Bis zum nächsten Mal.